Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Wettbewerb der Let's Play Monarch. Ich bin SamySophix. Wir haben hier beim letzten Mal das erste Ideal hier vernichtet von Subaru. Nun werden wir gleich wieder zurücklaufen. Ja, ich wollte da nicht draus gehen. Alles gut, Mädels. So, jetzt schaue ich nochmal kurz zu Vanitas. Ich bin SamySophix. Ich bin SamySophix. Ich bin SamySophix. Ich bin SamySophix. Ich bin Once you're beset by an armed group in black, a guard shouts a traitor, let them in through the back. The enemy has you all under duress. How will you act in the face of this mess? The enemy storms in with no end in sight. His majesty's wounded and seized in the fight. The princesses' aides struggle hard to defend her. You must act with haste before they surrender. You manage to flee the soldiers. The princess follows suit. She leads you to the royal family's secret escape route. A mystic arcane circle keeps the entrance tight and sealed. You must speak the magic numbers. Only then will it yield. The door remains closed and you find... But depending on them and nothing more does not guarantee a good future in store. One must know when to use them or keep them at bay. Take care of your own future doesn't end the same way. Gah! Gah! Hey! Things seem to be going pretty well with Kokoro. I always thought she was this impossible to please genius. But she's actually pretty kind and laid back. Not to mention strange. I don't know if I buy all that stuff about her being safe and secure. Oh, right. I've been looking into the first years. And apparently, they've got a serious bullying problem. An entire class ganged up on one person. Pulling prank after prank and spreading rumors. There was some violence too, I heard. Even a case of blackmail. A student from another class got fed up and told a teacher about it. But the thing is... The victim denied being bullied in the first place. So officially, nothing was ever recorded. But after that, the bullying just ended up getting even worse. Why would anyone ever protect the people harassing them? To be honest, I don't have any hard evidence for this. Just rumors. But if it really is true... Gosh. Have you ever heard anything so sad? It is my desire to avoid hurting others. As well as being hurt by anyone else. I wish for a future of idle peace. Where I can live in safety and security. Subaru's wish differs greatly from mine. I cannot overlook the way he hurts others for his own self-interest. You, however... Are exactly the sense of security I prefer. I have a high opinion of you so far. But it would be even higher if you brought me some yakisoba bread. I do. Actually, no. It would be more accurate to say I adore it. It is carbohydrates incarnate. A morsel of delectability born from the amalgamation of mankind's intellect. Yakisoba bread and books are all I need. A modest young woman such as myself could want for nothing more. Yo, four eyes. I hear you're a pack bearer too. Affirmative. I am the pack bearer of sloth. But that aside... It is rude to address one by appearance upon meeting. You should call me by my name. Kokoro Sarugadai. All right, all right. Sarugadai it is, then. Name's Ryotaro Date. Pack bearer of gluttony. Good to meet you. A pleasure to meet you as well, Date. Date? You're a first year, right? That should be evident from the color of my ribbon, yes. Yeah, thought so. What is it, Date? Is something bothering you? Nah. Just not used to being called that by anyone younger than me. You referred to me by my surname. I am simply responding in kind. Should I not have done so? Eh, do whatever you want. Very well. But should you ever dislike the way I address you, you need only say so. I can always give you a nickname. Big D. Or Little Rio, for instance. Ah, thanks. But hard pass. Pity. Ryotaro it is, then. Incidentally, as you are the pack bearer of gluttony, does that imply your authority is related to food? No, my ability is called Hostile Takeover. It lets me steal other people's power from my own. That way, I can gorge myself on as much power as I can handle. Perfect fit for gluttony, am I right? Ah, I see. How very impressive. Doesn't sound all that convincing when you're sighing up a storm. What are you so bummed about? Yaki soba bread. Huh? I expected that if your ability were food-related, you might be able to procure some for me. Hey, Mr. VP. Hey, this chick play with a full deck, or? Precisely. I am both safe and secure. Uh... That's... not exactly what I meant. Man kann... Okay, sagen wir's lieber, man muss mit ihr irgendwie leben. Nun gut, liebe Leute. Ähm, wir halten uns erstmal beim guten Onkel Doc. Und dann schauen wir weiter, oder? So. Päppeln wir uns mal hier ein bisschen auf. Und dann geht's wieder hier zurück in die Wut-Zentrale. Sagt, dass ich mich warpen kann? So. Let's wie beim letzten Mal, wo ich vor der Tür stand, sag. Welcome back, Kokoro. It's so good to see you. But as you can see, I'm a little busy right now. These bimbos here are flipping out. What did you just call us? Warum würden wir nicht fliehen? Wie lange werden wir uns so halten? Komm schon, Subaru! Wir machen dich! Wir lassen uns einfach weg! Wir haben noch nichts gemacht! Oh? Du hast nicht? Du hast mich alle gefühlt. Du hast mich alle gefühlt. Und das Schlimmste? Du hast nichts gemacht. Na gut? Es ist nicht wie Kokoro etwas anders. Sie hat nichts gemacht. Also warum ist sie so speziell? Aber wir haben uns gefeiert. Es ist total unfair! Mensch, wie du? Auf gleiche Ebene wie Kokoro? Was ist ein verdammt Mist! Ich war die Ausgabe. Also haben Sie mich alle gefühlt. Sie fühlten mich sorry für mich. Oder Sie haben mich nicht gerecht. Kokoro war die einzige, die mich nicht verletzt hat. Sie ist anders zu alles. Und ich war das eineufgleichbar von jedem. Sie war nicht anders. Sie war nie einfach nicht fair. Sie war niemals einfach nicht fair. Nicht in der höhlichsten. Aber... aber ich war derjenige, der sagte die Lehrer über dich. Du bist zu schuldig, du brauchst du Hilfe. Ich fühle mich schlecht für dich. Ich will nicht deine Schuldig! Ah! So, es war du, oder? Ich? Bullied? Kein Weg! Wie etwas so humiliatinger würde, was mir passiert. Niemand hat einen Grund für mich zu fühlen. Entschuldigung! Entschuldigung! Ich bin falsch! Ich werde nicht mehr versuchen, zu evitieren! Bitte nicht töten mich! Kokoro! Ich wurde niemals geholfen, okay? Es waren alles nur ... kämpfler! Das ist alles! Wie du sagst. Aber das, sie sagen, sie werden nicht versuchen, zu weg. Du denkst nicht, dass du sie schuldigst? Ich werde nicht mehr versuchen, Kokoro. Ich werde nicht mehr versuchen, Kokoro. Nur zu hören, dass du deine Sprache entschuldigt mich. Ich versuche das Buzzen in meinem Kopf. Alles, was ich will, ist Revenge, okay? Was geht um, kommt um. Es ist nicht so, dass ich nur Blut spüren, um Spaß zu machen. Und nicht mehr schuldig! Ich bin kein Typ, der sich nicht schuldigst. Ich bin kein Typ, der sich aus den Kumpel schützt. Und wenn sie zu den Kumpel sind, wie sie. Ich bin kein Typ, der sich schuldigst. Ich bin kein Typ, Kokoro. Ich bin kein Typ. Da kommt. Ich bin kein Typ. Jetzt habe ich wieder ganz nett drauf. Ganz herzhaft. Ich würde nicht Sympathie sagen, weil er hat einen kleinen Darstand. Aber ich meine zumindest, man hätte ja da eine schöne Mobbing-Geschichte, also schön, eine tragische Mobbing-Geschichte erzählen, die er in seinem Tod geendet hat. Aber jetzt muss ich sagen, hat er schon wieder alles verspielt, wenn er hier einfach aufmacht. Äh, ja, hey. Ja, ich wollte dir sogar helfen. Oh mein Gott, ähm, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwas gedockt. Egal, wird schon gut sein. Äh, wenn es da sogar Leute gibt, die ihm geholfen haben, also versucht haben, ihm zu helfen, und er einfach sagt, ne, mir wurscht, töd ich. Ich würde gerne mit Hidefumi und Miki treffen, deren Gehäuer mich beschäftigt. By the way, ich nie versuche mich als Indifferent oder Entschuldigung. Es war nicht, dass ich Indifferent war. Ich habe einfach nicht mehr Zeit, um zu beachten, was in den anderen Klasse passiert. Und es war nicht, dass ich mich Entschuldigung war. Ich habe einfach nicht wissen, wie ich mit anderen Interaktieren bin. Ich war alleine. Er hat mich nicht verstanden. Er hat mich nicht verstanden. Irgendwann. Aber es hat halt leider nichts gebracht und sie im Endeffekt hat halt nicht gewusst, was sie machen sollen, was jetzt unbedingt für sprechender ist für sie. So, können Sie euch was tun, über Subarus Kurse oder was? Ja, wir haben eine Klug gefunden, um unsere Lösung zu finden. Dann hurry up and break it already. Unsere Leben sind auf der Linie hier. Serious? Nur weil Sie zwei nicht in danger sind, das bedeutet, dass Sie sich schlafen. Get your butts in gear! Meine Entschuldigung. Wir werden tun, was wir können. Wir werden tun, was Sie können? Sie versuchen, ihre Arschung zu schlafen? Nicht in particular. Ich habe nichts gesagt, mit der Intention zu starten ein Kampf. Bullshit! Entschuldigung. Entschuldigung, Hinefumi. Sie wissen, was Subaru tun wird, wenn Sie sie schlafen. Tch! Sie verstehen, was passiert, Herr Vise-Prez? Wir sind die kleine Verwärteren hier. Sie sind die Verwärteren von Student-Käunsel. Sie wollen nicht mehr machen, um uns zu helfen? Sie können uns helfen? Sie denken, wir sind falsch? Sieht zu mir, wie Sie versuchen, dass wir einen Subaru zu schlafen. Es ist nicht so. Der Verwärter war immer bei ihm selbst. Wir haben ihn nur ein paar Aufmerksamkeit, damit er nicht sein würde. Er ist nicht so. Also, was wir hatten ein paar Worte? Manchmal haben wir uns nicht zusammen. Sie fragen, dass Subaru selbst, wenn Sie mir nicht glauben. Er wird der erste sagen, dass er nicht zu schlafen war. Aber, mehr wichtig. Verwärter uns, Herr Big Bad Vise-Prez. Wie gesagt, wir sind die Verwärteren. Soll ich die Verwärteren? Maranitiv, ich darfst dich auf. Um, was wir mitnehmen? Maranitiv, was wir zu bieten? Was ist das, was ich gesagt habe? Natürlich, weil ich nicht, dass andere Leute verletzen sind. Mein Ego ist einfach. Wenn Subaru so verletzte, und ich wusste, dann hätte ich es nicht so verletzt. Oder so glaube ich. Ich bin kurzsichtbar, both literally and figuratively. Meine Persönlichkeit ist lacking, und ich bin kein Menschen. Wenn nur ich mich isolieren würde, so dass niemand getötet würde. Aber wenn ich die einzige Person in der Welt bin, das einfach nicht möglich ist. Aber ich versuche. Wir sollten weiterentwickeln. Remember, was du kannst. Also ganz ernsthaft, Leute. Ich bin dafür. Wir machen jetzt erstmal andere Story-Ark, liebe Leute. Irgendeine ganz entspannte... Irgendwas, wo wir halt weggehen können. Wo wir das einfach alles ignorieren können, liebe Leute. So. Schauen wir mal gleich zum RAV 2 an. Weil ganz ernsthaft, liebe Leute. Stell euch vor, wir beschützen diese Deppen, die so assi sind. Und ganz herzlich, weil... Klar, Subaru sagt nicht, dass er hier gemobbt worden ist, weil man gesteht es sich halt eben nicht ein. Das verstehe ich schon. Und äh... Ja, dann will er... Wollen sie mir erzählen... Hey, beeil dich mal! Du bist bitte langsam! Denk mir echt mal. Was ist das für... Was sind das für Typen? So. Ach, ich buff nur. Ich weiß auch übrigens nicht mal, was Agilität mir bringt. Kleine Randnotiz. Äh, Critical bringt mir auch nichts. So. Das hört sich gut an. Au. Tamtang. Alter, wie die Gegner aber ein Leben haben. Ja! Stimmt! Um Heilkreis! Ja, ja, ja. So kenne ich meine Gegner. Victory. So, dann... Ich lasse es dir. Entstanden. Ich lasse es dir. Ich lasse es dir. Entstanden. Ich lasse es dir. Oh, kreis! Äh, muss ich mich selbst heilen, oder? Jo, mach mal. Tampang! 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 Ich lasse es dir! Hier ich geh! ihr könnt rückwahl treffen jungs und wedels nicht oft aber hin und wieder weil wir ganz nett also dann machen wir hier von von zwei von wegen starkes greift es ist beide an aber so haben von uns hat man es alle miss genau seine magie so mega stark ja ja gar nicht passt alles alles in ordnung man so also gleich ist alles in ordnung so stehen wir nämlich also jetzt gehen wir erst mal hier rein machen resolve dann gehen wir hierhin stellen uns so hin machen hier healing factor so ziehen uns hier ein bisschen zurück machen den rain of fire ok ziehen das doch nicht zurück weil der rain of fire hat nicht so eine lange reichweite so fein lang und du weißt du kannst mal wieder nix man okay kann seine blöde kanonkugel machen 600 schaden oder wieder geht das so und jetzt geht die party los liebe leute also jetzt geht hier die monat time los man zwischen ob wir das raus die leute ich muss ja sagen es wird sehr wenig in dem spiel erzählt erklärt wie was funktioniert muss ich sehr viel selbst beibringen macht es nicht unbedingt einfacher aber langsam kommen wir da doch gut zurecht also so hat waren es ja mal wieder da ist die nix mehr fast steinig kaputt voll in ordnung wieder 1000 minus punkte aber leute ihr wisst ihr dafür kriegt jetzt ich meine das war jetzt nicht schlecht aber das ist immer nur über die züge einheit aber ich wie gesagt ich habe ich habe mir da mal so kopf gemacht ich meine das sind jetzt 15 bonus punkte ist mir auch wurscht man naja job des kraftnummer leute zweites ideal zerstört schauen wir uns wieder traurig gesehen von zu beruern oder ah nee das ist ja nur der def call gewesen ich war ich war im inneren war ich schon weiter liebe leute ich dachte wir sind schon fertig so dann marschieren wir einfach mal ganz entspannt hier ein bisschen durch die gegend schauen uns hier den wunderschönen irren die irrenanstalt jahren der wege sind immer so ewig lang zum beispiel du oder hä 32 5 8 ok ja das habe ich auch kapiert aber was bringt mir das jetzt boah leute ist das schon wieder eine dumme sache man was sollen wir jetzt damit machen ach so warte hier geht es noch dran 32 5 8 ok ich glaube die da wird es wieder so ein tresor oder so geben 235 8 so running in the hall ist ein prinzipiell ich bin speziell privated if for one where to trip and fall somebody could get hurt now that i've uh total lessen is she's sure to never run again ja ich glaube die geht gar nicht mehr sooo was haben wir da schon wieder ein tresor ich habe es gemacht liebe leute ich bin noch nicht verhaftet worden kommt doch liebe leute kommt noch so oder da ist hey ist jemand da? die dritte ist lockt! ich kann nicht raus, bitte! ich habe ein paar studenten verhaftet, wenn jemand die dritte dritte lockt mark my words whoever's behind this is going to get an earful but i can't do that from in here so go find that key hey is the doors clean oh you really saved me thank you hmm your hair and dress are non-regulation but i'll leave you with a warning this time if i catch you again though i'll write you up understand das hat sich eh angehört das würde so dumm bringen dann aber nun gut lassen wir das einfach mal hier ganz entspannt so ja ich weiß auch nicht vielleicht weil ihr alle seltsam strange seid und ich angst habe dass ihr mich irgendwann mal anfällt wenn ihr amok läuft aber nun gut das ist irgendwie nicht einfach oh 400 kein von diesen doofen dessalen bring an external materials to class is a principle express provided full body cavity search conducted to search for a further continent entire body open i've been fully inspected after which all garbage has been over WAS hat er den hat er die gelünsch? oh mein gott man so gut liebe leute okay ich würde sagen beim nächsten mal werden wir wieder einen kleinen androof annehmen dann schauen wir mal wo uns dieser hinführt ich denke mal zum zweiten ja dann würde ich sagen schauen was uns da erwartet aber erst beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal vom morag haut rein und bis zum nächsten mal ciao